Hallo und herzlich willkommen zu einem heutigen Video, ja, ich nehme jetzt das heute Video auf für heute, also für den nächsten Tag, ich nehme es ganz schön einen Tag früher auf, nicht jeden Tag, einen Tag vorher auf. Und ja, ich bin heute Mörder, aber nicht aus dem Mörder, sondern hier von den lieben Studio Seufs und ja, und ja, ein bisschen jetzt hier wie ein König. Wir müssen aufpassen, dass er, ja, er darf uns nicht, ähm, anschauen, wir müssen ja auch wie ein Haar sitzen. Wir sind gut. Und jetzt müssen wir in einem aufpassenden Windelchen lösen. Ach, weg mit ihm. Jetzt rote es ein Trocken. Der ist gut, der ist gut. Oh! Verdammt, nein, ich wollte drücken. Okay, jetzt müssen wir ihn wieder töten. Oh, okay. Das ist auch nicht aufgepasst, wie es so richtig ist. Das ist auch nicht aufgepasst, wie es so richtig ist. Das ist auch nicht aufgepasst, wie es so richtig ist. Das ist auch nicht aufgepasst, wie es so richtig ist. Das ist auch nicht aufgepasst, wie es so richtig ist. Das ist auch nicht aufgepasst. Das ist auch nicht aufgepasst, wie es so richtig ist. Das ist auch nicht aufgepasst, wie es so richtig ist. Das ist auch nicht aufgepasst, wie es so richtig ist. Ich habe noch gedrückt. Okay, ich würde sagen, bevor wir dieses Video sehen, wir sehen uns dann. Vielleicht beim nächsten Mal, wenn ich nochmal so etwas spielen sollte, dann... Ihr seht, warte... Ihr seht... Nicht... Die haben hier wirklich viele Spiele. Pabilla G-Tower geht in den Mördern. Ich will keine Mörder davon spielen, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Dann gebt doch einen Daumen nach oben. Ich sage bis dann und... Tschüss! 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 Musik Untertitelung des ZDF für funk, 2017